Willkommen zurück bei Kingdom. Nachdem die uns ja beim letzten Angriff so rasiert haben, bin ich jetzt mal gespannt, wie lange wir das hier noch durchhalten. Komm, du wirst ein Bogenschützer. Gut. Sehr gut, da ist es zumindest auch schon mal gebaut worden. Okay, das reicht nicht. Nacht oder Tag 18. Das ist alles unglaublich teuer. Ja, in was sollte ich jetzt mein Geld investieren? Hier ein Katapult. Bogenschützen. Das wird wahrscheinlich hier nicht reichen. Dich? Kann ich dich ausbauen? Nein. Verdammt. Ich habe kein gutes Gefühl. Okay. Können wir hier noch was machen? Katapult. Kann ich mal Katapult machen? Würde ich mal sagen, auf der Seite werden. Okay. Was können wir hier jetzt tun? Puh. Das können wir uns eh nicht leisten. So. Das läuft ja zumindest schon mal. Werde ich jetzt doch mal... Gehen hier... Und ich muss mir das auch demnächst mal machen. Komm zurück. So, das Katapult hat er auch noch nicht gebaut. Steht denn der Turm? Ah, da müssten jetzt eigentlich dann zwei hochgehen. Jawohl. Du auch. Sehr gut. Da steht noch ein Bogen. Los. Okay. Das Ding muss auf jeden Fall... Sechs Gold. Okay. Das sind auch sechs Gold. Gut. Nacht. Was war das jetzt? Okay, also was hatten wir gesagt? Das Ding hier. Brauchen wir uns wieder Leute aus dem Dorf? Das ist mir glaube ich sicherer, dass die äußeren Seiten stabil sind. Ich hoffe die... Die komischen Bauarbeitertypen schaffen das. Hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Jawohl. Super. Lauft mal ein bisschen zu. Und dich nehmen wir noch mit. Und dich nehmen wir noch mit. Ja, okay. Los, ihr Bauarbeiter, jetzt kommt. Nee, die sind immer noch nicht da und es ist gleich Nacht. Ich kann nur hoffen, dass die den Angriff von der anderen Seite ausmachen. Los. 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 Wenigstens seid ihr zu zweit. Los. Ihr schafft es. Ihr schafft es. Ihr schafft es. Ihr schafft es. Go. Go. Go, go, go. Go. Boah. Okay. Sehr gut. Wirst du noch mal einen Bogenschützer? Okay. So, können die noch was in der Nacht bauen? Komm, das schafft ihr. Okay. Es war, glaube ich, schon ganz gut, dass wir da die... Schaffen wir das? Okay. Okay. Nacht 20. Oh, oh. Oh. Ich glaube, dann werden wir uns auch noch mal so einen Typen jetzt hier aus dem Lager holen. Sofern denn einer da ist. So, und du, Meister? Du wirst auf jeden Fall jetzt noch mal Zimmermann werden. Ah, komm. Noch keine Zeit. So, können wir hier was machen? Ach, da können wir so einen Ritter ausschreiben, glaube ich, ne? Okay. 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 Ja. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie es jetzt weitergeht. Also würde es mich freuen, wenn ihr wieder anschautet. Bis dann. Ciao.